Die SEM AG realisiert zusammen mit der Föschel-Gruppe im bayerischen Kirchweidach eins der modernsten Geothermiekraftwerke in Deutschland. Jetzt wurde die in Bau befindliche Anlage den Investoren und Vertriebspartnern erstmals vorgestellt. Nachdem im Frühjahr 2010 die 3D-Seismic-Messungen abgeschlossen waren, werden zurzeit die Tiefbohrungen in bis zu 4000 Meter Tiefe vorbereitet. 150 Grad heißes Wasser wird eine Dampfturbine zur Stromerzeugung mit 10 Megawatt Leistung antreiben. Durch die Anbindung an ein Nahwärmenetz dient das warme Wasser zusätzlich ca. 3500 Haushalten als Wärmequelle für Heizung. Und das kostenbewusst und vor allem emissionsfrei. Und im Gegensatz zu Solar- oder Windkraftanlagen steht die durch Geothermie gewonnene Energie 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Das Projektvolumen in Kirchweidach beträgt 50 Millionen Euro. Die SEM AG und die Föschel-Gruppe planen vier weitere Projekte dieser Größenordnung, die in den nächsten Jahren realisiert werden. Eine Investition, die sich schon bald auszahlen wird. Und durch die emissionsfreie Energiegewinnung unser aller Leben ein bisschen besser macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017